WARSCHAU Warschau 1939. Deutschland überfällt Polen. Silvin und Maria sind gerade im Adria engagiert. Statt triumphaler Auftritte erleben sie Not, Angst und Ghetto. Die Schweine-Nazi haben die Kinder durch die Scheibe geschleudert auf die Straße. Viertes Stock war das. Vom dritten Stock haben die jüdische Kinder genommen eine Hand und geschmissen durch die Fenster. Es ist keine Liege, ich soll nicht aufstehen, hier ist meine Küche. Solche Geschichten haben die getrieben. Und die großen Lastautor, Marschalkowska, Strassenecke Chosja, haben die so, auf Trottoir darf man nicht gehen, noch wir Deutschen, muss man in die Mitte gehen. Die jungen Menschen, wenn das Auto schnell gerinnt, haben die gesprungen, aber die alte Polen, die alte Jäden, die war immer gefahren. Bei einer Straßenrazzia wird Silvin verhaftet. Er kommt in das berüchtigte Paarwerk-Gefängnis. Eine grauenvolle Erfahrung. In dieser Zeit beginnt Silvin sich als Frau zu verkleiden. Wie hier, in der Archivaufnahme. Er tut dies für besonders heikle Einsätze. Der Deutsche Hof, berüchtigter Treffpunkt der SS und der Gestapo. Die Feierlichkeiten enden oft in einem Saufgelage. Vergewaltigungen und wilde Schießereien gehören zum Programm ihrer orgiastischen Feste. Major Werner ist der Ort ein Dorn im Auge. Silvin Toski erhält einen mörderischen Auftrag. Diesmal getarnt als Sängerin. Das ist vieles von ihnen hier. Das ganze ist. Das ganze ist. Das ganze ist zu einer. Das war viel Stoieb. Die Abend haben wir hier gegessen, kawen und alles zu essen. Und abends. Hier ist die Wache mit dem Schraub. Und eine Frau, eine Sopranistin, kam eine Konferenz für den Krieg. Die Schraub haben sich sehr gefühlt. Er hat den Schraub, kam den Schraub, und die Schraub kam in den Schraub. Der Schraub kam in den Schraub. Der Schraub kam in den Schraub.